Heute gibt es einen Rum, der stammt von den Fidschi-Inseln und von da hatte ich bisher noch überhaupt keinen Rum, denn die Fidschis sind nicht wirklich bekannt für Rum- und Weltproduktion und deswegen fand ich das sehr spannend, das hier mal auszuprobieren, zusammen mit dem Jens, der sitzt hier neben mir, hallo. Hallo, guten Abend. Mein Name ist Sven, hallo ihr Lieben, herzlich willkommen auf Rumtastisch, hier findet ihr alles rund um die Welt des Rums. Unser heutiger Rum, wie gesagt, kommt aus einer Region, da wird nicht viel Rum hergestellt. Viele Distillen sind dort mittlerweile auch eingestellt worden und landesweit gibt es überhaupt nicht viele. Wir haben im Vorfeld recherchiert, was weißt du noch über die Fidschi-Inseln? Also es ist ganz interessant, dass zum Beispiel so eine Marke wie Plantation gerade auf die Fidschi-Inseln geht, weil es da wirklich nur noch sehr kleine und wenig Distillen gibt. Also das ist wirklich, und dass sich so eine Marke dann wirklich da auch der annimmt, das ist schon erstaunlich. Ja, Plantation ist dafür bekannt, dass sie sehr viele Serien mit ganz kleinen Batches, also sprich nur ganz limitierter Auflage herstellen. Und dann gibt es aber auch eine Reihe der, ich nenne sie selber die Evergreens, und der Isle of Fidschi rum, der gehört auf jeden Fall zu den Evergreens. Er wird sehr interessant noch hergestellt, sehr aufwendig hergestellt, auch das haben wir noch recherchiert. Zu Anfang ist er in Bourbonfässern und dann wird er nochmal nach Frankreich umgeladert und dort nochmal weiter gereift in Cognacfässern. Richtig, genau. Und das heißt, er macht dafür, dass er nur ein, ich sage, das soll gar nicht negativ klingen, aber nur einer der Evergreens ist und nicht die sonst so limitierte Auflage von Plantation, ist er tatsächlich unheimlich aufwendig hergestellt. Genau. Zwei bis drei Jahre reift er übrigens in den Bourbonfässern, ist ein Melasserum, der wird im Columnstill und im Potstillverfahren hergestellt, also macht tatsächlich auch mehrere Brennverfahren durch, wird dann geblendet und anschließend noch nach Frankreich verschifft. So viel zum Rum und zu den Fidschi-Inseln. Wer nicht weiß, wo die Fidschi-Inseln liegen, die liegen übrigens nördlich von Australien, beziehungsweise so nordöstlich von Australien, nördlich von Neuseeland noch und gehören zu so einem ganzen Gürtel, der da von ganz vielen Mini-Inseln, hätte ich fast gesagt, gevölkert ist, beziehungsweise das sind ganz, ganz viele kleine Inseln. Das so viel nochmal zu Fidschi. Wir schauen uns, bevor wir das Ganze aufmachen, die Flasche mal genauer an. Jens, erzähl, was fällt dir als erstes auf, wenn wir uns die Flasche so anschauen? Auf jeden Fall das Typische für den Plantation Rum, das mit dem Hanf. Und was halt eben bei der Flasche total auffällt, ist das sehr bunte Etikett. Also man sieht hier die Echse drauf, dann hat man hier verschiedene Blumen. Ein Papagei ist hier zu sehen, also sehr bunt gehalten. Und deswegen hat mich die Flasche auch einfach angesprochen, weil die fällt sofort ins Auge. Es ist auch zum Beispiel noch ein Rumpffass hier mit drauf. Genau, wir haben hier auch noch ein Segelschiff. Die Fidschis sind ja bekannt für ihre weißen Strände und vor allen Dingen auch für die Lagunen. Und hier scheint ein Schiff vor Anker zu liegen. Neben diesem wirklich sehr auffälligen, poppigen Label, das mir auch sehr, sehr gut gefällt, sehen wir halt vorne das Logo Plantation. Und dann klebt tatsächlich direkt, das ist nämlich nicht mit drauf gemalt, sehe ich gerade, sondern das klebt haptisch mit auf der Flasche so ein Aufkleber, wo da nochmal drauf steht, dass es der Isle of Fitchy rum ist, dass er Double Aged ist. Und wir sehen hier auch die ganzen Informationen, wie hier in Bourbonfässern in den Tropen hergestellt, anschließend noch in französischer Eiche nachgelagert. Und dann haben wir eine Dosage von 16 Gramm, auch das ist angegeben hier auf der Flasche. Sieht sehr, sehr gut aus. Auf der Rückseite ist übrigens nochmal dann auch erklärt, was wir gerade erzählt haben. Und die Flasche macht optisch auf jeden Fall richtig was her, finde ich. Genau. Genug von der Flasche. Wir machen das Ganze jetzt mal auf. Beziehungsweise, wir haben eine bereits geöffnete Flasche und stellen deswegen das hier mal hin und werden uns der geöffneten Flasche hier mal annehmen. Wir probieren. Ich bin gespannt. Und die Katze gesellt sich hin zu uns. Hallo, Mädchilein. Na, wir probieren, wie er schmeckt. Nein, wir probieren, wie er riecht. Wie ich wollte gerade sagen, erst mit dem Brauchstest. Die Katze irritiert mich. Also er riecht auf jeden Fall stark nach Alkohol. Also den Alkohol riecht man ganz stark raus. Es ist auch sehr sprittig tatsächlich. Wir hatten eben schon über E-Star-Haltigkeit eines Rums gesprochen und dass ich das bei Fidschi auf jeden Fall erwarte. Und das tut er auch auf jeden Fall. Also er riecht richtig E-Star-haltig, heftig nach Lösemittel, würde ich fast sagen. Das verfliegt mit der Zeit natürlich auch noch ein bisschen. Wir hatten ihn jetzt auch einen Augenblick stehen. Aber dafür ist er halt tatsächlich immer noch sehr heftig. Also dann kommt so ein Bananen- und Börnengeruch. Genau, aber im Hintergrund. Also er ist jetzt nicht mega heftig high-E-Star, das auf jeden Fall nicht. Und dahinter ist er auf jeden Fall sehr fruchtig tatsächlich, ne? Ja. Also ich würde sagen, tropische Früchte, ich muss an Mango denken. Und man riecht auch so ein bisschen das Holzfass. Ja, definitiv auch, das stimmt. Er riecht sehr, 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 sehr spritzig irgendwie. Der ist nicht so, also er riecht sehr würzig tatsächlich auch, finde ich. Ist aber nicht so ein Rum, der nach Vanille, nach Volumen, nach Gewürzen riecht. Sondern eher fruchtig. Da hatten wir schon andere Rums, die wirklich mehr Kraft hatten. Genau. Und das ist sehr mild, dezent. Ja, aber definitiv auch in eine andere Richtung. Also definitiv nur Fruchtigkeit und Esterhaltigkeit, ja. Ich glaube, ich kann auch ein bisschen so die, also es riecht so nach, es riecht ein bisschen floral, finde ich, so nach Blumen. Ist ja auch die Blumenwiese drauf. Ist die Blumenwiese drauf. Vielleicht bin ich deswegen auch da beeinflusst. Aber ich finde tatsächlich, dass es ein bisschen nach, doch, definitiv riecht angenehm. Also es ist schon so abgestimmt, ja, aber ist auf jeden Fall auffällig in die andere Richtung, als sonst die schweren Melasse-Rums oder so. Und ein bisschen Vanille oder zumindest so Tonka, so ein bisschen Gebäckartig, finde ich, riecht es schon. Ich würde mal eher sagen, so ein Kokosgeruch, noch so ein ganz leichter Stich. Kokosgebäck. Kokosgebäck, genau. Also riechen tut er auf jeden Fall interessant. Riecht er gut, tatsächlich, finde ich. Dann, ich bin gespannt. Zum Wohl. Proof. Also er riecht, finde ich, er schmeckt, er schmeckt, finde ich, auffallend süß. Scharf durchaus auch im Mund, also tatsächlich deutlich scharf. Aber sehr süß. Sehr süß, ne? Also sehr mild und sehr süß. Ehrlich gesagt, und, oh, jetzt wenn ich so mit der Nase rangehe, ist das, dieses Florale, dieses Blumige kommt total durch, finde ich. Ja. Ja, ne? Und, also ehrlich gesagt, hatte ich mir ein bisschen mehr davon versprochen, als ich die Ester und das Volumen, also diese Spritzigkeit zu Anfang gerochen habe. Ja, ja, vor allem dafür, dass der so aufwendig hergestellt wird, schmeckt er sehr, sehr mild, sehr fruchtig und, ähm, also das ist kein Rum, wo ich sage, wow. Power hat er nicht, aber was er zumindest hat, also was sich so fortsetzt durch den Geruch, finde ich, das ist diese, diese alkoholische Schärfe, die Süße auf jeden Fall, ein bisschen Vanille, vielleicht sogar, ja doch, also fruchtig ist er auf jeden Fall auch. Und, und so eine Holzigkeit macht sich auch breit, ne? Also im, 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 im Abgang schmeckt er holzig, finde ich. Das Süße bleibt die ganze Zeit, also jetzt auch so ein Spitzschlusses. Und zum Schluss kommt das Holzige richtig durch. Genau, und zum, zum, zum Schluss bleibt irgendwie Süße und Holz, finde ich. So, okay. Also, so ein Raucharoma, weil. Ich finde, der schmeckt nicht, ich finde, der schmeckt nicht schlecht tatsächlich, also er, ich mag ihn wohl vom Geschmack, aber ich muss sagen, dafür, dass er vorher so Boom, Roch eigentlich, so, so dieses, dieses aromatische Ester-Haltige hatte und ich mag Ester, ähm, das fehlt ihm dann anschließend im Geschmack, das muss ich schon sagen. Ich probier's noch. Doch, das Rauchige bleibt auf jeden Fall. Auch jetzt beim zweiten, dritten Schluck, du schmeckst immer dieses Rauchrauchige, immer wieder. Ja, Rauch ist auch dabei, das stimmt. Rauchholzig so. Das ist gar nicht schlecht, ehrlich gesagt. Ja, das Rauchige, Holzige finde ich ganz gut. Aber, es fehlt ihm so der letzte, so die letzte Power, irgendwie so die letzte Würze, finde ich. Aber, ich komme mal zu meinem Fazit, der ist ja nun von den Fidschi-Inseln, ne, und von den Fidschi-Inseln gibt's auch nicht so viel und, also, wie gesagt, nicht so viele verschiedene Rums, hatten wir ja eingehendst auch schon drüber gesprochen, ich erzähl' ja nichts Neues. Und, ähm, vielleicht schmeckt er von den Fidschi-Inseln einfach so. Vielleicht ist das ein landestypischer Fidschi-Rum, der halt anders schmeckt als ein Jamaikaner, also deutlich süßer auf jeden Fall schmeckt, deutlich voraler auf jeden Fall schmeckt. Vielleicht ist es dann tatsächlich so. Also, ich finde, alle, die süßen Rum mögen, die sind hier gut aufgehoben. Und, zeitgleich, finde ich, auch das Holzige sollte man nicht verachten. Also, wer nur süßen Rum mag und holzig nicht, der ist hier falsch auf jeden Fall. Genau. Wer die Esther Power und Jamaika sucht, der ist hier nicht richtig. Ist ja aber auch nicht, steht ja aber auch nicht drauf. Da muss man ihn schon verteidigen. Steht halt auch nicht drauf, dass es Jamaika wäre. Ich bin froh, auf jeden Fall, dass ich ihn probiert habe mit dir. Hat Spaß gemacht. Danke, dass du da warst. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. So. Und, äh, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, nüchtern bleiben, ihr Lieben. Prost. Prost. Ach, nein, es ist alle. Du meinst, es ist alle. Du willst doch was haben. Warte. Prost. 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 Prost.